Es ist Montag, der 21. November und herzlich willkommen zu einer neuen Folge All-In-NFT. In der heutigen Folge gibt es News zu einem möglichen Web3-Einstieg von Porsche und dem Metaverse der ehemaligen Royals Prince Harry und Meghan. Ihr erfahrt von einem wahnsinnigen Krypto-Pump-and-Dump und einer neuen NFT-Preisfunktion bei Metamast. Und neben unserem täglichen Blick auf den Krypto-Chart und den Floorpreisen auf OpenSea, schauen wir auf den gestrigen Red Bull Azuki Drop, die größte brasilianische Commercial Bank und eine Coin-Unterstützung, auf die sich eine bestimmte NFT-Community freuen darf. Also viel Spaß mit der heutigen Folge von All-In-NFT. Starten wir in dieser Woche mit einer News zu der größten brasilianischen Commercial Bank Itaunibanko, die mit einem neuen Programm herkommt und laut den Lokalmedien seinen Kunden nun das Verwahren von Kryptowährung ermöglicht. Zunächst werde die Bank im kommenden Jahr mit der Verwahrung eigener Krypto-Assets starten, heißt es. Später werden dann die Funktionen auf institutionelle Kunden ausgeweitet. Hintergrund ist der, dass der Bitcoin und andere Kryptowährungen enorme Popularität bei Unternehmen in Brasilien genießen. Ob das Feature auch Privatkunden zugänglich sein wird, ist bisher noch nicht bekannt. Wie der Mirror berichtet, bauen die ehemaligen Royals Prince Harry und Meghan an einem eigenen Metaverse, um ihre neue Marke vollständig global zu machen. Dabei beruft sich das renommierte Nachrichtenmedium auf eine ihnen nahestehende Quelle. Demnach stünde die von den beiden gegründete gemeinnützige Stiftung Archival in fortgeschrittenen Gesprächen mit dem Metaverse Pucks World. Weil Meghan wohl die treibende Kraft dahinter sei, trage das Projekt bereits den Namen Megaverse. Sowohl Meghan als auch Harry glauben, dass sie ihre Botschaft noch besser verbreiten können, wenn sie sowohl in der virtuellen als auch in der physischen Welt präsent sind. Die ehemaligen Royals würden damit nach neuen Wegen suchen, um mit ihren Fans in Kontakt zu treten und ihre neue Marke vollständig global zu machen, heißt es abschließend. Bevor wir uns den aktuellen Chart der Kryptowährung anschauen und auf noch ein weiteres Pump and Dump Thema kommen, kann ich euch mitteilen, dass es über das Wochenende keinen neuen Updates in Bezug auf die Insolvenz und Kryptokrise zu FTX gab. Lediglich am Freitag noch sagte SPF, also Sam Bankman Freed, ich weiß, dass er glaubt, dass wenn er nicht auf andere Personen gehört hätte, Insolvenz anzumelden, er schon zu 80% FTX wieder auf Kurs gebracht hätte. Fragliche Meinung, das Ganze haben wir uns natürlich auch am Freitag noch auf Twitch angeschaut und die Meinungen ausgeteilt, aber wie gesagt, weitere News, weitere Gerüchte gab es zu FTX mal nicht zum Wochenende, tut auch mal gut, würde ich sagen. Kommen wir zu einem anderen Thema. Obwohl der gesamte Kryptomarkt über das Wochenende eher leicht nach unten ging, doch dazu kommen wir gleich nochmal mehr, kam es am Samstagabend zu einem bisher noch unerklärlichen Phänomen bei der Kryptowährung Sonnen, kurz SONM. Der SM-Kurs stieg auf der Kryptobörse Binance ausgehend dann von 0,21 US-Dollar auf zwischenzeitlich 13,86 US-Dollar an. Damit generierte der Altcoin innerhalb von 24 Stunden ein Kursplus von sagenhaften 6.390%. Wir schauen uns natürlich gleich auch nochmal hier an, wo der Kurs zum Sonntagabend zum Zeitpunkt der Aufnahme sich befindet. Gründe für diesen spektakulären Kursanstieg finden sich bisher noch nicht, womit natürlich eine sogenannte Pump-and-Dump-Action mehr als wahrscheinlich scheint, was natürlich die Nachhaltigkeit zusätzlich in Frage stellt. Deswegen der kurze Disclaimer. Dieser Podcast dient natürlich lediglich der Information und Unterhaltung und ist keine Finanz- oder Anlageberatung. Das Ganze sind natürlich hier auch meine eigenen Meinungen und meine eigenen Gedanken, die ich euch mitteile. Soviel der kurze Disclaimer. Jetzt wechseln wir erstmalig diese Woche zu CoinMarketCap und schauen uns einmal die aktuellen Kurse der Kryptowährung an. Wir starten natürlich mit der eben genannten Nachricht und einem Blick auf den Sonntoken, der sich in den letzten 24 Stunden von diesem eben gesagten High auf 3 Euro eingependelt hat. Immerhin noch ein Plus von 1.233 Prozent. Aber wie ich ja eben sagte, das Ganze ist natürlich hoch spekulativ. Mal schauen, wo das Ganze hingeht. Auf jeden Fall diese News für euch an dieser Stelle. Dann schauen wir natürlich auf den Bitcoin. Den Bitcoin hat es über das Wochenende doch wieder etwas erwischt. Wir sind ja ins Wochenende noch mit über 16.000 Euro gegangen. Wir befanden uns dann am gestrigen Tag bei ca. 15.715.800 Euro. Wobei es auch hier in den Abendstunden dieses Down gab. Mal schauen, wie sich das jetzt in der nächsten Woche so verhält. Dann schauen wir uns auf Ethereum. Auch hier gingen wir ja noch in die Woche mit knapp 1.200 Euro. Hier kann ich euch auch mitteilen, über das Wochenende eine Minus von fast 4 Prozent. 1.135 Euro heißt es aktuell. Die anderen Kurse kann ich euch mal eben nennen. BNB 260 Euro. Cardano und Ripple auch minus 3 Prozent am gestrigen Tag. Genauso wie der Dogecoin. Polygon sogar minus 4 Prozent. Dann haben wir weiter Unistwap-Token. Mittlerweile bei 5,35 Euro. Und eine Minus von 5 Prozent. Solana hält sich bei 12 Euro. Mal schauen, ob wir hier diese Woche einstellig werden oder nicht. Der Toncoin auch gestern minus 4 Prozent. Genauso wie Nier-Protokoll minus 5 Prozent am gestrigen Tag. Der Chilis-Token, der es ja auch wirklich die letzte Woche ordentlich nach oben getrieben hat. Hat gestern minus 15 Prozent hingelegt. Und wenn wir uns dann noch auf Top 50 mal umschauen, haben wir den ABE-Token. Denn dieser ist der einzige Token, der mit einem Plus von 0,24 Prozent am gestrigen Tag ein grünes Symbol aufweisen kann. Und liegt aktuell bei 56 Euro. Damit wechseln wir natürlich erneut die Kategorie und kommen erstmalig für diese Woche auf unsere NFT-News. Metamast und sein Team haben eine neue NFT-Preisfunktion hinzugefügt, wonach Sammler jetzt den Wert ihrer nicht austauschbaren virtuellen Güter innerhalb des Metamast-Ökosystems einschätzen können. Bereits Anfang des Jahres fügte Metamast ein durchaus nützliches D-App-Portfolio hinzu, das den Benutzern ermöglicht, auf eine Übersicht über die Kryptos und NFTs zurückzugreifen. Jetzt ist das Team aber noch einen Schritt weitergegangen, indem es einen sogenannten NFT-Abschätzer integriert hat. Sollten genügend Marktdaten gesammelt und vorhanden sein, soll der geschätzte Preis des NFTs angezeigt werden können. Die vom Benutzer angeforderte Funktion ergibt sich aus detaillierten Daten, die von NFT-Bank.ai gesammelt werden. Das Ergebnis ist ein Preis, der sich auf Marktkennzahlen stützt und mit einer Genauigkeit von 90 Prozent überzeugen soll. Auf die neue Funktion könnt ihr zugreifen, indem ihr dem Link-Portfolio direkt in eurer Wallet folgt, wo ihr auf die Webseite gelangt und dort eine gültige Metamast-Adresse eingeben müsst. Wir sehen also, anstatt sich auf den Lorbeeren der größten Wallet auszuruhen, hat sich Metamast dazu entschieden, weiter an neuen Funktionen zu arbeiten. Bin gespannt, was hier bei Metamast in Zukunft noch kommen wird. Die MiBits NFT-Community wird dank einer neuen Ankündigung von der ApeCoin-DAO einen großen Zuschuss in Form von 13.000 ApeCoins erhalten. Doch die zugesprochenen Gelder werden nicht auf einmal an die MiBits-Community vergeben, sondern stattdessen wird es drei Abschnitte geben, die alle darauf ausgerichtet sind, die Community weiterzuentwickeln. Berichten zufolge sollen diese Zuschüsse zwei Hauptzwecken dienen. Erstens sollen sie verwendet werden, um den Nutzen der MiBits-NFTs zu entwickeln, da der Nutzen heutzutage in der NFT-Community eine große Sache ist. Und zweitens werden die Zuschüsse natürlich bewusst in Form des ApeCoins ausgezahlt, was damit die Nutzung des Tokens erhöhen und damit für einen größeren Wert sorgen soll. Die NFT-Musikplattform SoundXYZ hat auf ihrer Plattform eine neue Playlist-Funktion eingeführt, mit der Musik und NFT-Untersiasten ihre musikalischen Vorlieben zeigen können, unabhängig davon, ob sie die musikalischen NFTs besitzen oder nicht. In dem neuesten Update hat das Unternehmen eine besondere Schlüsselrolle erkannt und als Ergebnis wurde diese neue Funktion bereitgestellt, mit der jeder eine Playlist auf der Musik-Social-Media-Plattform erstellen kann, während die NFT-Exklusivität durch benutzerdefinierte Kurator-Badges gewahrt bleibt. In Zukunft werden dadurch Künstler ihre Gesamtpräsenz aufgrund des zusätzlichen Freigabepotenzials und der durch das Update möglichen Sendefrequenz erhöhen können. Damit wechseln wir in unsere nicht mehr neue Rubrik, sondern sie ist jetzt mittlerweile eine Woche alt, aber nicht diese News, die sind brandaktuell, also nichts wie hin zu den Web 3 Kurznews. Nach Informationen von Coindesk gibt es in der Europäischen Union Bemühungen, um einen neuen Entwurf zum Anti-Geldwäsche-Gesetz. Dieser sieht vor, den Handel mit Privacy-Coins grundsätzlich zu verbieten. Anonyme Zahlungen werden somit nur noch schwer möglich. In Südkorea und Australien dürfen Kryptobörsen Privacy-Coins schon nicht mehr anbieten. In Japan sind sie schon ganz verboten und Europa könnte damit bald folgen. Netzwerke wie zum Beispiel Zcash oder Monero bieten Blockchain-basierte Lösungen an, um anonyme Zahlungen im Netz zu tätigen und würden damit in Zukunft verboten werden. Gestern hat der Azuki Red Bull Drop stattgefunden auf der Tesos-Blockchain. Das Ganze hat gestern um 10 Uhr morgens deutscher Zeit, mitteleuropäischer Zeit stattgefunden. Es lief so ab, dass man innerhalb von 5 Sekunden dran sein musste bzw. minten musste, denn danach war es sold out. Viele von der Community, habe ich mitbekommen, hatten das Glück und sind rechtzeitig mit dem Daumen auf Claimen gedrückt. Das Ganze war ein kostenloser Claim. Einige hatten aber leider das Pech und waren doch etwas zu spät dran. Wie gesagt, wir reden hier von Sekunden. Wollt ihr solche News in Zukunft nicht mehr verpassen? Wollt ihr in Zukunft dabei sein und solche Möglichkeiten euch nicht mehr entgehen lassen? Dann, wie gesagt, gerne einmal diesen Podcast abonnieren für die ganzen News, die ihr tagtäglich bekommt. Natürlich neben YouTube. Solltet ihr auch abonnieren, könnt ihr. Ist natürlich alles kostenlos. Links dazu findet ihr in der Beschreibung. Und am wichtigsten, wie ich finde, ist der Discord. Denn da haben wir uns kurz zuvor auch noch ausgetauscht und natürlich auch im Nachhinein und alle verschiedenen Meinungen mittlerweile. Ich bin mal gespannt, wann wir die 500 Mitglieder schaffen. Vielleicht schon diese oder eher nächste Woche. Wie gesagt, Links dazu in den Shownotes. Dann kommen wir noch zu einer weiteren Kurz-News, die uns am Wochenende erreicht hat. Und das ist auf jeden Fall eine Web3-News, die es in sich hat. Porsche wird am 29.11. etwas ganz Großes announcen. Der Web3-Einstieg von Porsche findet statt. Am 20. also gestern ist der Twitter-Account offiziell live gegangen. Ich werde euch mal den Link zu dem Twitter-Kanal in die Shownotes holen. Dort könnt ihr nämlich dann alles sehen. Alle News werden da wohl in Zukunft von Porsche announced, was das Web3 angeht. Definitiv eine News, die wir nicht verpassen sollten. Und ich bin gespannt, was am 29.11. bei Porsche in Bezug auf das Web3 announced wird. Damit wechseln wir heute das letzte Mal die Kategorie, wechseln zu OpenSea und schauen uns natürlich dort einmal die aktuellen NFT-Floorpreise an. Auf Platz 1 haben wir am gestrigen Tag die CryptoPunks. Handelsvolumen 289 Eves. Also ihr merkt, ein typischer Sonntag. Wenig los auf dem Handelsplatz. Broadside auf Platz 2 mit einem Floor von 0,12 Eves. Azadid mittlerweile bei 1,20 angekommen. Ich will noch daran erinnern, dass wir letzte Woche hier bei 0,9 waren. Dann die Mutants sind auch im zweistelligen Bereich zurück. 11,70. Dann haben wir die Human-Kind Lunchboxes mit einem Floor von 0,17 Clone X. Wir waren letzte Woche noch bei 7. Wir waren schon mal davor bei 6,8, 6,9 und sind jetzt bei 8,8. Waren aber auch heute im Laufe des Tages bei einem Floor von 9,10. Diejenigen, die bei Twitch dabei waren, wissen, mein Herz blutet und wissen auch warum. Die Moonbirds bei 7,50. Die Bored Apes wieder unter die 6 gefallenen 59 Eves im Floor. Die Doodles bei 6,27. Also auch hier wieder etwas gestiegen. Dann haben wir den Launch der Cool Cats Football Club Collection gehabt. Die liegen jetzt bei 0,07. Da ist es natürlich so, dass je weiter das Team kommt, man das NFT hat, desto mehr Rewards bekommt man. Interessantes Projekt wird vielleicht diese Woche mehr zu kommen. Mehr verrate ich nicht. Invisible Friends bei aktuell 3,39. Dazu morgen oder übermorgen mehr. Dann haben wir die Sandbox des Virtuellen Land bei 1,10. Asuki 10,49. Hat natürlich von dem Red Bull Asuki Hype profitiert. Dann haben wir Fluff World aktuell bei 2,43. Und wenn wir uns jetzt in dem unteren Bereich einmal umschauen, haben wir auf Platz 99 10 KTF mit einem Floor von 0,28. Und auf Platz 100 haben wir Pixels Farmland mit einem Floorpreis von 0,45 ETH. Damit war es das für heute. Der Montag, der erste Tag der Woche liegt hinter uns. Zuallererst, ich wünsche euch natürlich einen schönen Wochenstart. Bin gespannt persönlich, was diese Woche wieder für uns haben wird. Es gibt keine Woche ohne Web3-Krypto-NFT-Metalverse-News. Alle fragen mich immer, wo gibt es die News her? Die gibt es überall. Aber es würde natürlich auch dem ganzen Space und ich würde auch sagen, unserer Seele mal guttun, wenn es nicht so wie die letzten zwei Wochen mit FTX abgeht. Aber mal schauen, was diese Woche vielleicht für den nächsten Skandal, für den nächsten Hype kommt. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Ihr werdet es auf jeden Fall erfahren, wenn ihr das Ganze hier abonniert, wenn ihr eine Bewertung da lasst. Und natürlich morgen wieder dabei seid. Und es heißt All-In-NFT. Ein abschließender Hinweis. Die im Podcast besprochenen Themen stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Der Moderator haftet nicht für etwa jeden Fall. Die im Podcast besprochenen Themen.